Jedes Jahr kommen hunderttausende Menschen aus Afrika nach Europa. In unserem Bachelor-Film geht es jedoch um die, die geblieben sind, unmittelbar neben den Kriegs- und Krisengebieten. Dafür sind wir nach Mekele, der zweitgrößten Stadt Äthiopiens, gereist und haben in Sindu kennengelernt. Sie kommt aus ärmsten Verhältnissen und arbeitet hart für eine lebenswerte Zukunft. Wir fragen Sie und andere junge Leute in der Stadt nach Ihren Träumen und müssen feststellen, dass sie nicht träumen, sondern klare Ziele haben. Ich denke, ich werde IT-Mann oder Fotografer sein. Das ist meine Ambition. Ich will meine eigenen Restaurants haben. Wir begegnen jungen Menschen, die gar nicht so anders sind wie wir, jedoch unter völlig anderen Umständen ihr Glück versuchen müssen. Der Film soll die Geschichte von Sindu erzählen und gleichzeitig zeigen, wie junge Menschen in einem so armen Land in ihre Zukunft blicken. In meiner Bachelor-Thesis untersuche ich, ob mehr induktive Elemente im Journalismus die Menschen besser erreichen würden. Ob es nicht mehr Sinn ergebe, anhand einzelner, repräsentativer Beispiele auf das große Ganze zu schließen, statt einfach nur Fakten zu präsentieren. Wie geht's? Das ist geil. Wie geht's? Das ist geil. In der salted